Wenn man anfängt, sich die Welt des Yoga etwas näher anzuschauen, kann das gerade am Anfang ganz schön verwirrend sein. Denn es scheint, dass es unendlich viele verschiedene Yoga-Stile gibt und man weiß überhaupt nicht, wo man da richtig mit loslegen soll. Das Interessante jedoch ist, dass diese ganzen Stile, von denen man so hört, wie Power-Yoga, Stanga-Yoga, Ayanga-Yoga, Shivananda-Yoga, Hatha-Yoga und so weiter und so fort, dass die eigentlich alle aus der gleichen Wurzel stammen, nämlich dem Hatha-Yoga. Das Hatha-Yoga ist ein System, das Atemübungen, Körperstellungen, die wir Asana nennen und viele andere Techniken verwendet, um darüber Einfluss auf den Körper, das energetische System und letztendlich den Geist zu bekommen. Nun gab es zu jeder Zeit immer wieder Meister, die dieses System des Hatha-Yoga geübt haben und dann durch ihre eigene Praxis so halt angewendet haben, wie es sich für sie gut angefühlt hat und wodurch sie die meisten guten Nutzen herausziehen konnten. Und sie haben das Ganze dann gebrandet, also ihm einen Namen gegeben und gesagt, okay, dieser Stil, so wie ich ihn praktiziere, ich nenne ihn jetzt Ayanga-Yoga zum Beispiel. Das kann man ein bisschen mit Turnschuhen vergleichen. Die Welt der Turnschuhe ist unendlich groß da draußen. Und jede Firma, die Turnschuhe herstellt, hat vor allen Dingen eins im Sinn, das haben eigentlich alle gemeinsam. Nämlich ist es etwas, das man an den Fuß anzieht, soll den Fuß schützen und dann halt bei bestimmten Funktionen, die wir ausführen, den Fuß optimal unterstützen. Jetzt kommt der eine und sagt, okay, ich habe drei Streifen an der Seite und ich mache meinen Schuh auf diese Art und Weise, deshalb nenne ich ihn Adidas. Der andere sagt, okay, ich mache einen Schnörkel an die Seite und mache das und das, deshalb nenne ich es Nike-Turnschuhe. Es sind aber beides Turnschuhe. Genauso auch beim Yoga. Die kommen eigentlich alle aus dem Hatha-Yoga, nur jeder Meister sagt, übe so, so hat es für mich am besten funktioniert. Und dann muss man halt suchen, welche dieser verschiedenen Stile funktionieren für einen selbst am besten. Also, es ist alles Hatha-Yoga am Ende. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist ein bisschen herum experimentieren vielleicht oder ausprobieren, wozu du dich selbst am meisten hingezogen fühlst, was für dich auch am besten funktioniert, damit du motiviert bleibst, damit du diesen Weg des Yoga voranschreiten möchtest und dich nicht zwingen musst, was zu tun, sondern es wirklich einfach so ist, Mann, das ist toll, das will ich so oft wie möglich machen, damit ich Körper, Geist und Seele erheben kann. Die Praxis des Hatha-Yoga ist wirklich wunderbar und da findet sicherlich jeder irgendwo seine Nische in irgendeinem Stil, damit man daraus einen wirklich guten Nutzen ziehen kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Praxis und einen schönen Tag. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Praxis und einen schönen Tag.